Hast du schon gehört? Farid Bang macht sich über den verlorenen Boxkampf von Bösemann lustig. Das muss doch heute gefeiert werden, oder? Bösemann wurde von TikToker Doody zu Boden geschickt. Kurz darauf warf das Camp von Bösemann das Handtuch. Die Reaktion von Farid? Das muss doch heute gefeiert werden, oder? Gesagt, getan. Farid machte sich auf den Weg in ein Düsseldorfer Nachtclub. Mit dabei das Handtuch. Damit aber noch nicht genug. Farid Bang droppte noch eine Ansage direkt an Bösemann hinterher. Guck mal, du bist fast 50 Jahre. Schämst du dich nicht, solche Boxkämpfe zu machen, wo 70 Zuschauer da sind? Für 7.000, 8.000 Euro, was du kriegst. Schämst du dich echt nicht? Ob die beiden Rapper nochmal Freunde werden? Eher unwahrscheinlich. Ich hab noch viele Kämpfe gehabt, aber ich hab noch nie gespielt. Für mehr Rap-News, macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.